Bisschen Beeilung, nicht so schlafmützig. Schlafmützig, Herr Ulrich. Ich hab genug von dir. Du Scheusal, du, du Scheusal. Aufmachen. Oder wir schlagen die Tür kaputt. Warum denn gleich kaputt schlagen, Herr Briefträger? Legen Sie vor die Tür. Ah, die Herren von den Gaswerken. Wir wollen Ihre Wohnung durchsuchen. Ich hab das englisch voll von dir. Ich will die Tür kaputt.